Und sammle KP ein. Ja, der darf ja jetzt kein Motorrad fahren. Er hat sich nämlich den Arm gebrochen und deswegen fährt er bei mir mit. Okay. Ja. Trotzdem musst du ihn einsammeln, ne? Irgendwo müsste da stehen, eigentlich. Ist das nicht hier hinten? Theoretisch. Hi Dom. Hey. Hi. Duke? Ja. Duke, Steve und Otto sind auch da. Ja. Sehr gut. Guck einfach, wohin du tut. Ihr wisst, ihr kriegt dafür genug Stress. Was ich sehe, das passiert auch nicht. Markus, heute Abend gehört der Arsch uns. Das klingt so falsch, dass du gerade gesagt hast. Heute Abend gehörst du uns. Ihr wisst, dass das Körperverletzung war? Nein. Das war Einwilligung, deine Frau hat zugestimmt. Nix mit Einwilligung, meine Frau hat da nix mit meinem Arsch zu sagen noch. Noch ist es nicht meine Frau, geh runter von meinem Arsch, du Frau. Noch ist es nicht ihr Arsch. Morgen erst. Das denkst du. Das denkst du. Der gehört schon lange hier. Ja. Ist ein schöner Sonnenuntergang, oder? Naja, ich guck schon, dass ich meine Batspielchen mit euch nicht teile, aber das ist, ja. Ja. Es ist schwierig, ja? Au. 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 Kannst du gleich Nami bitte zurückrufen wegen der Leonora? Au. 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 Ach, Markus. Äh, ja. Au. Ja? Au. Sehr gut, weil sie meinte, du wolltest sie zurückrufen. Hä? Nein, sie wollte mich anrufen. Dom, nimm mich bitte mit. Au. Doch. Sie wollte... Au. Au. Lass den Mann da raus. Wenn nicht... Wenn nicht, dann sprich kurz mit ihr, wenn du kannst. Ja, ich muss mich erstmal... Ja, danach. Nami! Hi, Nami! Au. 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 Du wolltest mich anrufen. Echt? Du wolltest mich anrufen und mir sagen, was der Plan gleich noch war. Ja, also die Idee... Mit Dragomir und so. Ja, genau. Die Idee wäre, das hatte ich ja schon angedeutet, da hattest du aber irgendwie gesagt, ich finde es vielleicht nicht so gut, Dragomir hat gesagt, wir könnten einen Bus mieten und ein bisschen rumfahren und hier so ein Tauschspiel machen, dass Leonora sich so Sachen nach oben tauscht mit verschiedenen Leuten. Ja. So, dass sie quasi irgendeinen Gegenstand von uns bekommt und irgendwas richtig cooles daraus werden soll. Ja. Und dann machen wir die ganze Zeit eine Busparty. Während wir durch die Stadt fahren. Ja, okay. Ja, können wir prinzipiell machen. Ich würde tatsächlich den coolen Part von Marcus Junggesellenabschied mitmachen, nämlich diese Motocross-Tour da. Ja, okay. Ähm, ich habe die Hoffnung, aber sie zerstreut sich gerade, weil allein die Anmeldung gerade schon eine Viertelstunde dauert, dass es ab 21 Uhr dann quasi fertig wäre. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ansonsten, rein theoretisch, könntet ihr ja auch schon anfangen. Ich komme einfach später dazu, weißt du? Ja, ich weiß nicht, hast du schon irgendwas mit Leonora besprochen? Nee, gar nicht. Hast du mit Popcorn nochmal telefoniert? Ich habe mit Popcorn telefoniert, der könnte, wenn dann nur spontan, also wenn wir irgendwo gesettelt sind, wo er dazukommen sollte, soll ich ihn anrufen und dann sagt er entweder ja, er kann oder er kann nicht. Okay. Ähm, und dann wäre natürlich noch die andere Frage, kennst du welche Freunde von Leonora? Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil die Hälfte davon steht, glaube ich, hier. Ah. Ja. Ist ja fast schon sinnvoll gewesen, dass Leonora auch hier ist, ne? Fast schon, ja. Ja. Na, und warum machen wir das nicht? Ja, ist das nicht komisch, wenn die beide zusammen jung gesehen abschied machen? Warum? Ne, ist doch komisch, oder nicht? Naja, aber guck mal, du hast ja gesagt, das ist der coole Teil und danach machen die doch auch noch irgendwas, oder? Ja, das ist absolut richtig. Na, dann können doch die den Teil hier zusammen machen und dann machen die ihr Ding und wir machen unser Ding mit dem Bus. Okay, also machst du jetzt auch gleich mit dir? Äh, Motorradfahren? Naja. Da sehe ich mich absolut nicht. Du kannst ja mitfahren. Wie mitfahren? Bei irgendjemandem hinten drauf? Ja, ja. Ich habe KP zum Beispiel hinten drauf. Oh Gott, das ist ja übel gefährlich. Hey, Leonora! Komm mal ganz fix zu 5010, bitte. Am, äh, Jachthagen. Lass mich grad nicht im Dienst. Bitte? Ich sollte mich ausstempeln vorher richtig? Ja, absolut. So 100%. Okay. 5010. Ja, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Ja, Nami, musst du dich auch ausstempeln, ne? Das ist jetzt doof. Du musst das doch mal alleine machen. Was musst du doch mal alleine machen? Keine Ahnung, was ihr jetzt freudet. So, ich muss mir jetzt kurz mein Outfit holen, komm. Du musst ja auch dein Outfit holen, los geht's. Was denn für ein Outfit? Ja, wir kriegen offensichtlich ein Biker-Outfit, wie du siehst. Und ich fahr auf keinen Fall mit so einem Motorrad, bin doch nicht lebensmüde. Wieso nicht? Ist ja wie ein Quad, nur mit zwei Rädern. Ja, wo ist denn Dom? Ja, keine Ahnung. Der macht einfach mit. Och Gott. Ihr habt, was zum Teufel, ihr habt jetzt auch noch Masken da drunter? Klar. Ich frag nicht. Au. Au. Das ist für uns auf jeden Fall nachher besser maskiert zu sein. Super. Ich auch. Hey, ho. Hi. Kommt, da hätte ich gleich noch jemanden. Frag einfach nicht. Frag einfach nicht. So, du willst einen Ausweis, ne? Ja. So, hier bitte. Ah, super, danke. Ich glaube, der ist heute sehr, sehr geschickt. Oh, dann kriegst du noch eine Ausrüstung von mir. Mhm. Mhm. Ja, Nami. Äh, wir machen das, ne? Du hast, äh, vielleicht kurz vergessen, dass hier jemand dabei ist. Da, ne. Was? Naja, solltest du doch hier oder nicht? Ja? Ja? Ah, ne. Ich will, guck mal, ich fahr jetzt mit Dom ein bisschen noch arbeiten und, äh, wir... Du rufst mich an, wenn ihr hier fertig seid und ich organisiere dann mit Rago mit dem Bus. Alles klar. Und dann kommen wir her und holen euch hier ab, okay? Alles klar. Wunderbar, dann bis später. Ciao. So, entschuldige. So, äh, da, da. Ich muss mal ganz kurz noch jemanden sagen. Und da. Perfekt. Gib mir bitte dein Handy. Ich muss nur kurz einmal anrufen. Nein. Ein Anruf. Nein. Ein Anruf. Nein. Ein verdammter Anruf. Nein, Markus, nein. Weg, Finger weg von meinen Händen. Nein, Finger weg. Finger weg. So ein Schockhalsband, die oben behangen sollen. Ja, wirklich. Du kriegst gleich so ein Schockhalsband. Hör auf das. Ich muss... Einmal nur dein Handy. Nein. Doch. Nein. 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 Was willst du denn? Eine Nummer anrufen. Ja, welche Nummer? 442. 442. Nein, du brauchst jetzt keine Anwälte. Du wirst gleich von hinten erschlagen, wenn du nicht aufhörst. Nein, ich muss nur fragen, ob das... Markus? Wie fände ich das richtig verfolgen? Markus? Kennst du die Taschenlampe, die ich schocken kann? Nein. Willst du mal? Vielleicht. Vielleicht stehe ich drauf. Raus mit dir. Vielleicht stehe ich drauf. Raus. Hey, ich brauch nur ein Telefon. Gib mir ein bisschen Telefon. Du gehst jetzt raus hier bitte. Lass mal jetzt wieder arbeiten. Du bist raus jetzt hier. Markus? Es wird nur schlimmer für dich. Richtig. Also es kommt gleich noch jemand, ja? Es kommt gleich noch jemand, ja? Okay, dann warte ich noch kurz hier. Dann rufe ich noch schnell irgendwo an. Mach das mal. Ja Luke, das ist aber nicht die richtige Hose und ein richtiger Helm, du? Hä? Ich weiß, was du meinst. Komm, zieh dir mal Schutz. Ich zieh dir mal normale Klamotten bitte jetzt an. Schutzklamotten. Du darfst das Outfit kurz ablegen. Ja, ich bin eigentlich fast traurig, Claire, dass wir jetzt nicht unsere tollen Leder-Zimmer da anziehen können. Ja, ich weiß auch nicht, ich hab mich extra angepasst. Ja, ich auch. Du musst auf dein Outfit nochmal ein bisschen zurecht zu bringen, Claire. Oh ja, stimmt. Mein Gott. Das ist sehr löchrig. Au, ich hab nix anderes. Versuch's ruhig neunmal. Du hast... Du hast noch Schutzklamotten und hast du keine Klamotten gelesen? Nein. Was? Wie oft durftest du seinen Lasso schon einsetzen? Drei Mal. Tja, ich mach nen Lasso-Counter. Claire, komm kurz mit. Ich wundere, da bin wenigstens einer eingeweihtes. Ich hab jetzt gerade noch mit Nami gesprochen. Wir machen ja auch den Junggesellenabschied für Leonora. Ja. Da ich nicht weiß, wie lange das Ganze hier dauert, hab ich jetzt Leonora einfach mit eingeladen. Wir machen unkonventionell einfach beide zusammen. Okay. Okay. Und dann, wenn es unangenehm wird für Marcus nachher in Johns Garten, schnapp ich mir Leonora und wir machen uns anderes. In Johns Garten? Mhm. Richtig. Äh, ich hab grad was von Mirror Park gehört. Da ist ja quasi Johns Garten. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob John einfach die Mirror Park als ein Garten ansieht? Vielleicht? Kann sein. Ja, das kann natürlich sein, ja. Aber dann werde ich mich quasi abkupfern und was mit Leonora machen. Also, ich komm auch gern mit. Ja, ist egal. Ja, also, ich weiß nicht, möchtest du ein Hot Top Stream mit Marcus sehen, oder? Ja, ich würd gern beides sehen, muss ich sagen. Ja, ich halt auch. Deswegen bin ich auch so hinter dergerissen. Ähm, Leonora hat Navi wohl einfach nur vor, dass wir da quasi dieses Tausch-Zeugs da machen. Also, sie kriegt irgendwas von uns und soll dann was Cooles draus tauschen, weißt du? Wir fahren rum in nem Bus, machen Party, sowas. Hm. Ja. Muss gestehen, dann, naja. Ja, dann bleib lieber da. Ich werd auch lieber da bleiben, aber ich bin die Trauzeug von Leonora und nicht von Marcus, deswegen, ja. Hat sich das mit Marcus... Ah, die haben zwei Trauzeugen. Also, zwei Trauzeugen? Mhm, genau. Zwei. Glaub, glaub ich. Glaub schon. Ja, ich weiß nicht, weil ich hab nur irgendwas... Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber wann die Hochzeit ist um 8, ne? Weißt du es, ehrlicherweise gar nicht. Okay. Mir wurde nie die Zeit gesagt, ich hab auch keine Hochzeits-Einahnung bekommen, also von daher... Nee, ich auch nicht, weil ich... Marcus hatte, glaub ich, gestern gesagt, die sollen rausgehen. Und ich glaub, er hatte 8 gesagt. Und dann hab ich irgendwie gehört, dass die Trauzeuge um 21 Uhr eher sind. Also, äh... Hast du dein... Äh... Dings mal gecheckt? Dein E-Mail-Dings? Nee, heute noch nicht. Gestern? Ich guck mal. Heute noch machen. Nee, hab ich auch nix. Ja, man vergisst ja gerne mal die Trauzeuge einzuladen, nicht wahr? Ich glaub, es hat einfach keine Einladung angekriegt, wenn du keine hast und ich keine hab. Wahrscheinlich, ja. Voll. Also, unglaublich lange braucht Leonora mit dem fucking Auto vom MD bis hierher. Das ist wirklich unglaublich. Das sind schon 6 Minuten. Hm. Harriet? Leonora! Das war jetzt gemeint, ne? Ja. Ja, 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 ja. Wo genau seid ihr? 50-10. Beim Yachter. Alice Touristics. Oh. Oh, oh mein Gott. Die Postnetze gibt's zweimal. Oh nein. Gibt's wirklich? Wirklich? Ich glaub schon... Ich glaub schon... Wirklich zweimal? Wirklich zweimal? Wahrscheinlich. Es gibt... Ich weiß noch welche gibt, aber ich weiß nicht welche. Oh, wie doof. Ah, sie steht oben am Hotel, glaub ich. Aber das ist, glaub ich, 50-19. Das sieht nur so aus wie 10, wegen des blöden Symbols. Ah, gut. Ich glaub... Das ist 50-19, glaub ich, wo sie jetzt steht. Oh nein. Naja. Also, also warten wir jetzt noch auf eine Person. Valentina, bitte. Wird ja bezahlt. Was? Gucken wir mal. Ja, tun wir. Ja, tun wir. Ist sofort da. Ist sofort da. Wer kommt noch? Lass mich verraschen. Wird die Person selber fahren oder noch mitfahren? Ich glaube, selber fahren. Okay, dann hol ich noch einen Bike raus. Ich fahr auf keinen Fall selber, das wisst ihr. Wieso nicht? Weil ich dann weg bin. Kommt ein Zwang, du musst. Ja, Markus haut sonst ab. Also, der muss irgendwo mitfahren. Ich frag für einen Freund, aber wie hoch sind die versichert? Hast du keine Ahnung, was du fragen? Weil ich dann so vor Regen und Partner stehe und, ja, oder mir so eine Telefonzelle suche. Ja. Ja. Okay. Oh nein. Oh nein. Weißt du, hast du gesagt, was dem Unicorn passiert, bleibt dem Unicorn. Ja, das ist auch das Unicorn. Ich hab da auch ein etwas anderes Motto für nachher. Oh nein. Wir lassen natürlich das ganze Video an deinem Glück heute teilhaben. Oh Gott. Auf jeden Fall. Das ist wichtig. Ja. Natürlich ist das wichtig. All eyes on you, Markus. All eyes on you. So. Hallo? So, mitkommen, Leonora. Wer sind Sie denn? Ach Gott. Leonora, mitkommen. Äh. Äh. Was? Ähm. So. Hi. Hi. Ich will mit Valentina sprechen, deinen Ausweis zeigen, dann kriegst du ein schickes Outfit. So wie wir. Hallo? Ich lieb's, wie der das dann halt für uns klinkt. Okay. So. Ganz aber vorsichtig, dann geht's los. Äh. Äh. Das fühlt sich nicht richtig an, Herr Wirt. Ich weiß. Es wird, es wird nachher wieder getrennt. Keine Sorge. Aber den coolen Part können Sie zusammen machen. Keine Sorge. Den coolen Part machen Sie zusammen. Genau, danach wird getrennt. Keine Sorge. Okay. Ja. Was tut ihr mir da an? Viel zu wenig. Wie viel zu wenig? Ich sag halt, der spaßige Teil kommt erst noch. Jetzt kommt der schöne Teil, Marcus. Was ist denn für uns, der spaßige Teil? Der schöne Teil kommt jetzt. Freu dich drauf, entspann dich, genieß es. Schöne Zeit mit deinen Freunden. Du weißt doch, Marcus, Zeit ist in guten wie in schlechten Zeiten. Und jetzt machen wir erstmal den guten und dann zeigen wir den schlechten. Und dann kommen die schlechten Zeiten. Richtig. Richtig. Und dann, bis der Tod euch scheidet. Das wird schon nicht so schlimm. Oder doch? Also ich bin grad echt am überlegen, ob ich's... Leonora, wollen wir nicht irgendwie unsere Hochzeit doch verschieben? Oh Gott, Sven. Dinge, die man eine Frau vor der Hochzeit nicht fragen sollte. Ich bin mal kurz im Bett. Ich hab auch grad gefragt. Er ist gechippt. Wir finden ihn wieder. Oh, ich hab die Schuhe noch ganz an. Auf. Asch, siehst du aus, KP. Über den Gipser. Ich wusste gar nicht, dass das da drüber geht, aber scheint's stretchy zu sein. Hört für mich wie eine Leberwurst, wa? Wo ist Markus? Ich glaub, der ist kurz auztreten. Ah. Äh. Oder gibt's da hinten einen Ausgang? Oh und? Wenn's da hinten einen Ausgang gibt, dann ist er weg. Äh. Ey, Leonora! Ja, also Haare und Kopfbedeckung ist echt super. Was zum Teufel trägst du da, Joe? Eine Maske. Eine Maske, die wurde mir zugesteckt. Ähm. Okay, jetzt versteh ich ein bisschen mehr, warum Markus Angst hatte. Wieso tragen die fast alle Masken? What the fuck? Ich hab keine Ahnung, wo die Masken herkommen. Das ist nicht bei dir nicht. Jemand hat gesagt, wir sollen die aufziehen. Jeder, der ein Schöpfchen gemacht hat, hat mal eine Maske auf. Mhm. Es gibt Vermummungsgebote, ne? Ich sag's noch. Wie? Äh, verboten. Ja. Es sind hier Cops. Es sind hier Cops. Alles klar. Wenn der P-Dealer eine Maske aufsetzt, dann nehmen wir alle Masken. Klar. Cool. Ich glaub ja. So. Ich lieb's übrigens wirklich absolut, wie sehr das wie eine Entführung klingt. Hervorragend. Einpacken mitkommen, ähm. Okay. Okay. Naja, bist ja quasi auch entführt. Bist ja hier nicht feierlich. Alles klar. Wo ist denn der Lümmel? Lümmel? Lümmel. Ich glaub es gibt einen Hinterausgang von diesem Büro, oder? Oh Gott. Oh nö. Soll ich jetzt auch rein in diese Masken? Ja. Okay. Wenn er kennt man das wenigstens nicht. Ich hab noch zwei Lederblecke. Point. Point. Das ist sogar vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, er ist auf Klo gerannt. Siehste. Ihr habt bitte übrigens bedacht, dass ich ganz furchtbar, äh, fahre, ne? Also mal der Stift bei ihm durch. Ja, der, 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 der Bräutigen muss immer fünf Minuten auf Klo. Oh Gott. Was ist das denn eine Maske? Also wenn jetzt einer in so einer Kluft Mist baut, haben wir echt ein Problem, ne? Ja. Mhm. Bandenkriminalität. Einfach nur nicht erwischen lassen. Ah, das passt ja. So, jetzt kommt nur noch eine Sache, dann können wir eigentlich gleich loslegen. Perfekt. Das, was jetzt kommt, äh, hört sich immer so, ja, so doof an. Aber das müssen wir leider machen, sonst dürfen wir das Ganze hier nicht veranstalten. Und zwar nennt sich das Haftungsausschluss. Und ich werde euch das jetzt einmal vorlesen und dann gleich in der Runde verteilen. Und das wäre lieb, wenn ihr das dann, äh, alle einmal unterschreiben würdet, selber nochmal durchlesen würdet natürlich und mir dann zurückgibt. Also ich geh mal in die Mitte, dann kann jeder mal mit drauf gucken. Wer unterschreibt für Markus? Ich. Okay. Ich hab seinen Ausweis. Genau, der, der den Ausweis hat, der kann am besten nachmachen. Kann ich einer für alle unterschreiben? Ja. Nee. Also, ich, äh, ihr könnt mal kurz mit drauf gucken. Oben unter Paragraph 1 stehen einmal, äh, die Vertragspartner, also wir und dann einmal ihr. Also Alice Theoristics, in der Runde steht mein persönlicher Name, weil ich die Tourleiterin bin, der Tourguide bin und darunter kommen dann eure Daten. Und unter Paragraph 2 steht so ein kleiner Text, der hört sich, äh, brutal an, aber, ähm, ist eigentlich das, was sonst immer so drin steht. Ich lese euch das mal kurz vor. Ah, Gott. Moment. Das bitte da abgetreten. Äh, Bobo, ich muss gleich zurück. Bitte was? Das ist der Paragraph bitte nach? Ah, okay. Also, hier steht ich, Name, also da wird halt noch euer Name eingefügt, äh, eingefügt, wurde durch den Veranstalter Alice Touristics ausführlich über die Sicherheitsrisiken in Verbindung mit den verschiedenen Veranstaltungen aufgeklärt und habe eine intensive Sicherheitsunterweisung erhalten. Das, äh, machen wir gleich noch. Äh, geht weh des Haftungsrisiko bezüglich Schäden an Besitz, Leib oder Leben. Jenseits der allgemeinen Sorgheitspflicht von Alice Touristics trage ich ausdrücklich selbst. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber dem Veranstalter besteht nicht, der Klagweg ist ausgeschlossen. Ich versichere, dass ich körperlich dazu in der Lage bin, an den angebotenen Touren teilzunehmen und verpflichte mich, den Anweisungen des Personals zu jeder Zeit Folge zu leisten. Mir ist bewusst, dass der Veranstalter etwaig entstandenen Schaden an Ausrüstung oder Fahrzeugen, welcher auf Missachtung von Anweisungen zurückzuführen ist, mir gegenüber geltend gemacht werden kann. Aber ich denke, wir sind alle vernünftig, wir fahren auf dem Weg und springen jetzt nicht, äh, mit der Sanchez den ganzen Mount Gilead runter. Ja klar. Niemals, auf sowas würden wir nie kommen. Keine Sorgen, mach. Auf gar keinen Fall. Macht das, was ihr euch selber zutraut. Ich hoffe, ihr habt Spaß, aber trotzdem noch ein bisschen Vernunft. Ja und dann, äh, das steht im Kleingedrucken tatsächlich. Das liest sie jetzt nicht vor, das müsst ihr dir denken. Das mit den Klimaßen? Erstgebunden. Ah. Das ist ein bisschen blöd, wenn das schon vergeben ist. Dann nehmen wir das nächste, das ist kein Problem. Aber wir müssen dann den Vertrag sehen, wo das erst vergeben ist. Seit Jahren. Arbeitsverträge. Richtig. Ja, dann müsst ihr dann nachtragen. Und unten sind dann halt nur noch die Unterschriften. Hier könnt ihr alle mal drauf gucken. Ich, äh, verteile euch das jetzt einmal selbst hier so alle kurz einmal. Dann werde ich euch ein bisschen was erzählen und dann könnt ihr die gleich unterschreiben, wenn ihr denkt. Okay. Weitergeben. Für mich sicher. So, bitteschön. Hier, bitteschön. Also, die Bikes. Ich frag nochmal, ihr habt bedacht, dass ich ganz furchtbar schlecht fahre. Na klar. Na klar. Ja, na klar. Okay. Na klar. Wir werden alle sterben. Ja, ist kein Problem. Wir fahren ja nur bis auf den Mount Chiliad. Richtig. Wir fahren ja weit. Nora, dein Liebster hat schon eine Sonne im Popo. Das kann man da nicht fallen. So, also, gleich wenn wir auf die Bikes steigen. Ich werde euch die Bikes einmal anmachen. Dann solltet ihr, ähm, also, ihr seht ja auf der Anzeige, ob es vollgetankt ist. Ich hab die vorher alle vollgetankt. Und dann sollt ihr mal ein bisschen rumfahren, gucken, ob die Bremsen gut funktionieren. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, sagt mir Bescheid. Äh, wenn wir gleich losfahren, achtet darauf, dass ihr Rücksicht auf alle anderen nehmen. Achtet auf euren Vorder- und Hintermann. Und sobald irgendwas ist, dann, äh, ruft gerne an. Also, ruft die Leichtzelle an, 2-1-2-1. Ähm, es sollte klar sein, dass wir auf den Wegen fahren, wenn wir da diesen schmalen Mount Chiliadberg runterfahren. Weil, äh, wenn wir durch irgendwelche Büsche oder so fahren, da können auch irgendwelche Baumwurzeln sein, die euch dann komplett wegkicken. Das wäre nicht so cool. Und ja, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wie gesagt, ruft an. Aber wir haben das letzte Mal schon mal auch, das war, das war geil, hat Spaß gemacht. Und ich denke, wir werden heute auch eine Menge Spaß haben. Ich habe auch ein bisschen Papier mitgenommen. Und, äh, wird cool. Wird cool. Gut. Der Beutiger ist immer noch auf Klo. Ja, wenn ihr das dann, äh, unterschrieben habt, gerne zurückgeben, ne? Und dann könnt ihr euch schon mal die Bikes angucken. Ja, danke, danke. Bitteschön. Ich habe es in der ganzen Zeit nicht geschafft, dieses Klemmbrett wiederzufinden. Wo ist denn dieses scheiß Klemmbrett hin? Ich habe es nicht geschafft, das zu finden. Fuck. Danke. Ja, dann könnt ihr da hinten stehen, die ganzen Bikes. Sucht euch schon mal gerne eins aus. Guckt euch das genau an. Macht euch vertraut. Okay, Bibi, komm, wir suchen uns eins aus. Du bist immerhin an deiner Kette zu erkennen, das ist gut. Wie? Meine Kette? Ach, verdammt. Nein, lass sie, nein, lass sie bitte dran. Ich erkenne dich sonst nie wieder. Kannst euch alle mal entspannen? Wir nehmen das Liederne, oder? Ja, passt zu uns. Perfekt. Möchte alle mal. Das kann ich ja alles machen. Das ist unsers, Bibi. Super. Oder bitte dich da nicht so. Weiß nicht, kann Markus das nicht nehmen. Ne, ist auch wieder richtig. Dann nehmen wir das Rote hier. Wer fährt denn die Bergziege da? Lucy offensichtlich. Ah, die haben auch eine, ja? Mhm. Klar. Willst du so weit hier fahren, ja? Ich? Ja. Ne, fahr kein Auto. Geht hier von dir? Sanchez. Ich fahr kein Auto. Geht hier von dem Motorrad. Achso, die Sanchez und ich die schon mal gefahren bin? Ja. Nö. Ich bin erst 10 Meter Motorrad in meinem Leben gefahren. Na ja. Heute ist genauso ein schöner Tag zum Sterben wie jeder andere auch. Immerhin steppst du zusammen mit mir, K.P. Ist doch super. Bin ich fahren. Wir sollen dich kurz nach hinten. Ja, du kannst, steig da einfach noch nicht auf. Warte einfach, bis sie dir angemacht hat, Mann. Wollte mal in Probe sitzen. Ich hatte hier letztlich schon mal ein Nahtoderlebnis mit einer guten Freundin. 200 Meter diese Richtung. Ist das so, ja? Jana. Hey, wir nehmen das Rote hier. Danke dir. Okay. Oh Gott. Es tut mir leid für die Chaos-Truppe, aber es war zu erwarten, oder? Wenn ich Junggesellenabschied sage, dann war es zu erwarten. Alles gut. Alles gut. Okay, ist Tipp-Jopp-Zustand hier. Wunderbar. Los geht's. Oh Gott. Oh Gott. Gabe, wir werden sowas von sterben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Da ist was anderes als ein Roller, muss ich zugeben. Ach du Scheiße. Kumpenfoto, alle versammeln. Toll. Auf Erster. Können wir woanders versammeln? Können wir hier? Warum ist sie sich hier versammeln? Ja. Können wir vielleicht uns woanders versammeln, als hier bei diesem Einpark-Ding? Einpark-Ding. Puh. Major, wenn ich mich hier hinten an dir festklammere. Einmal bitte alle neben die rote Sanchez hier. Ne, neben die rote bitte. Ihr seid da an der blöden Stelle zum Foto machen. Ja, links und rechts von mir bitte. Ach schön. Schön, schön, schön. Wieso fahren eigentlich alle zwei doppelt? Gibt es noch zwei Motorräder? Lustiger ist. Okay, verstehe. Ja, Markus. Ja, genau. Sehr gut. Kannst du dich bitte? Markus. Danke. Oh, wir machen so einen richtig coolen Pfeil oder was? Irgendjemand fehlt noch. Ja, da hinten hat jemand noch eine grüne. Ja, ich glaube, okay. Magst du? Hm. SASUHU! Haku sollte eigentlich die Pinke nehmen. Wie schnell komme ich von hier zum PD? SASUHU! Wie schnell komme ich von hier zum PD? Ich glaube gar nicht. Dann Bild ohne Sasu. Oh okay. Ich fühl mich wie bei so einem Autokor so, Alter. Ich will doch nur das Lied ane haben, warte kurz, warte kurz. Was will denn? Er will das Lied ane haben. Naja, klar. Natürlich will er das Lied ane haben. Apropos John? Ja? Perfekt. Du hast gefragt, wie offiziell es sein darf. Ich habe gehört, es gibt heute so einen stillen Markt. Super. Weiter machen. Ein Foto von euch machen. Ja, oder du machst eins, ist auch super. Gerne posten. Ja, gerne posten mit Edithouristics und so, Hashtag. Und ganz wichtig, genau, Markus Eis definitiv drauf verlinken. Hashtag Markus wird leiten. Ja, finde ich gut verlinkt. Schön, Markus, finde ich gut. Leonora Findley auch. Nein, nein, nein. Also ich bin ja für Hashtag roten Capstalk schlechten Teil. Dankeschön, Valentina. Sieht super aus. Super lieb. Ich muss aber zugeben, mir fällt es echt gut. Habt Interesse. Fässer nicht, glaub mir. Meine fährt nicht so schnell. Oh nein. Kann gut, vielleicht schon. Geht das mit dir festhalten, Capi? Sag mal mich einfach mit den Beinen drum. Super. Klasse. Wenn es zu viel Druck auf den Bauch ist, sag einfach Bescheid. Klar, klar. Ich hab ein Bauchgefühl, das sagt mir, dass das hier eine echt beschissene Idee ist. Ist das so, ja? Ist bestimmt spaßig. Das wird super klasse. Ich glaub, es sind noch genug MDler im Dienst. Mein Motorrad stößt an einem Tag. Warum nicht? Wie ist das eigentlich passiert? Jetzt können wir ja mal reden. Ich bin hochgefahren. Den Berg. Welchen Berg? Von PD aus Richtung Auto Extrotic. Weißt du, dass Diamonds ist? Ja. Ja, wenn man da hochfährt, aber auf der anderen Seite vom Highway. Ja, ich glaub, ich weiß, was du meinst. Und dann kam ein Auto von links. Das hat die Fahrt genommen. Ja. Und hat mich dann fünf Meter durch die Luft geschossen. Ach du Scheiße. Ich fragte gleich auch mal was ab da hinten. Da bin ich... Oh, fuck ey. Hallo, Gabi, könntest du bitte nicht... Ein Leitwagen. Hey! Tschuck, Alter. Ähm, naja. Bin ich da einen Berg runtergekugelt. Oh, fuck. Bin genau neben dem Highway liegen gefliegen. Und du hast dir nur... Was hast du dir jetzt getan? Du hast den Arm gebrochen wahrscheinlich, wenn du den Gips trägst? Genau, ob die Hand gebrochen war. Oh. Ein paar Prellungen. Aber... Ansonsten hab ich Glück gehabt. Schutzkleidung an. Du hast echt einen Schutzengel. Freut. Wir unterhalten uns später sowieso noch. Nach dem lustigen Abend. Hm. Letzter. Nee. Ich bin wirklich interessiert. Das ist eine coole Maschine. Wie so ein Chapter. Werde ich... wheelch? Werde ich... Kämpi! Hä? Wie gefällt dir das? Oh mein Gott. Wie gefällt dir das? Komm, du bist jetzt mal in eine gute Position. Achso, soll ich überholen, meinst du? Dann mach mal einen Wheelie jetzt. Wie machen wir denn einen Wheelie? Soll ich wirklich? Nein. Hab ich überholen jetzt? Also, du musst taktisch. Wir sind umzingelt, KP. Was soll ich machen? Wir sind umzingelt. Das ist für dich. Der ist für dich. Pass auf, da wo der herkommt, gibt es auch viel mehr. Ich bin erstaunt, dass wir es bisher unfallfrei geschafft haben. Ich bin wirklich erstaunt, muss ich zugeben. Ja, ich glaube, wir sind alle nicht betrunken. Ich habe das Gefühl, die Handhaltung von Valentina kenne ich. Ich glaube, die spielt am Handy während du fahren. Ja, bleib ruhig mitten auf dem Highway stehen. Ja, klar. Wir haben ihn doch jetzt eh gesperrt, den Highway. Hey, hey, hey. Da drüben wird schon wieder geteasert hier. Das ist gegen Fahrbahn. Alter, wer ist denn da so wagemutig? Das ist das du oder was? Also, du weißt, wo du Gas gibst. Ja. Und ganz, ganz links unten, unterhalb vom Gashebel, wenn du das zum Gashebel dazudrückst, dann kannst du, wenn das Gewicht nach hinten verlagest, so ein bisschen das Vorderrad hochziehen. Oh Gott, nein, ich lasse es lieber. Oh, du machst das schon. Aber du musst dran denken, dann kannst du parkieren, dann hast du halt die Lenkfähigkeit, die geht halt weg, weil die Lenkachse ist vorne. Ja, so viel Verständnis habe ich von zwei Rädern durchaus, ja? Ja, klasse, traust du ja richtig was. Mutig. Kannst du dich mal hart am Arsch lenken? Was für eine neue Sprachangebundheit? Ich will vielleicht nicht mitten auf dem Highway blieben bleiben mit dir. Hast recht, mitten auf dem Mount Gilead ist wahrscheinlich besser. Ja, tatsächlich. Oh Gott, das war aber knapp. Quatsch, einfach Vollgas, passt schon. Oh, in dem Anzug habe ich hier ein bisschen Popcorn gefunden. Popcorn? Das hat irgendwie mal mitgebracht. Das ist ja mega. Was ist denn da Popcorn? Ja, köstlich, das habe ich im Anzug gefunden. Gott, das hat wohl jetzt keiner weggenascht, oder? Beim Baker. Naja, wäre ja direkt egal. Naja. So wie ich mit dem Motorrad gestürzt bin. Ich hatte zwar noch nicht die Kraft zu reden, aber ich war jetzt nicht ganz weggetreten. Ja. Überleg das Baker anzurufen. Wieso? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ich hätte mich freiwillig aus dem Flug da rausgestürzt, aus dem Krankenvertrag, wenn die mich aufgeweckt hätten. Mal hochgerappelt. Es gibt Leute, die mögen euch nicht. Ist das so, ja? Anscheinend. Naja, interessiert mich jetzt im Glück bei dir. Ich auch nicht. Oh, frisch so ist. Ne. Ich kann hier niemanden erkennen. Ich auch nichts. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das kam sehr spontan. Echt mal den rechten Arm raus, wa? Ach, die Bergziege verfolgt uns deswegen. Mal Valentina, könnt ihr nächstes Mal die Anzüge vorher waschen? Ich habe hier Popcorn in meinem gefunden. Wie, Popcorn? Ja, kasselig. Ja, der hat Popcorn gefunden. Der frisst die ganze Zeit voll. Hör auf, das sind meinen Nacken zu krümeln jetzt. Entschuldigung. Ja, sind wir denn noch vollzählig? Ich schubbe sie gleich runter, du. Ich fange an. Eins. Alle durchzählen. Eins. Zwölf. Ja, sind alle da. Hier. Okay, perfekt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ja, passt. Ja, dann weiter. Ich meine, studieren wir doch noch was. Ah. Hat es abgewählt. Nee, darum ging es nicht. Es ging nicht um zehn. Es ging darum, um eine Kindergartengruppe zusammenzuhalten. So, ja. Dafür habe ich studiert. Ja, klar. Ja. Mann. Ah! Achso! Achso! Alles gut, KP? Ja, super. Letztes Mal bist du in mein Auto gestiegen mit vollgepinkelter Hose. Wenn ich jetzt einnässe, ist das dein Problem. Alles klar. Weiß Bescheid. Auf den Wegen bleiben, bitte. Ich liebe die Gefahr, habe ich ja gesagt. Ich liebe die Gefahr, genau. Der Spruch der Woche. Bitte, bitte, bleib auf einer Spur. Wieso? Warte, wie war es so? Oh Gott, ich liebe diese Motorrad. Ich brauche... Gott, raus! Oh, was ist das? Hey, komm, der war gut. Ja, wir hätten fast Otto getötet. Mensch, mir interessiert es schon. Ich hoffe, ob alle mitgekommen sind. Otto ist da. Wir hätten fast Super Mario gespielt. Oh, so eine Maschine. Oh mein Gott, das ist ja großartig. Ich werde mich dafür einsetzen, dass du keine bekommst. Du schreibst eine Petition, ja? Lass dich sterben dafür. Da kaufen sie dieser Frau bloß keine Sanchez. Ja, ich weiß. Ja, ich habe Angst. Wir machen das jetzt wie beim Rally. Ich sage dir immer an, was die nächste Kurve ist. So, 20 Grad links. Super, die nächste Kurve. 5 Grad links. Du musst auch Bodenwellen und so, musst du doch auch mit reinmachen, oder? Ah, Bodenwellen kenne ich noch nicht. Das ist ja der erste, mache ich ja langfahrt. Oh Gott. Kein Problem, Kaby. Ich habe ihn tot gesehen. Du, wenn ich lache, muss ich, wenn ich reden lache, habe ich ein Problem. Da kann ich nicht so gut gucken, Kaby. Du solltest aufhören damit. Ich kann ja den Lecker greifen von hier. Oh Gott, Kaby. Das ist alles gut. Aua. Steig doch nicht ab, du Idiots. Ich bin nicht abgestiegen. Ich bin gefallen. Weißt du? Ja, ja. Harriet hat sich dazu entschlossen, mal an der Wand entlang zu fahren. Okay. Ich kann... Ich dachte mir gerade das Gleiche und dachte mir, scheiße, vielleicht keine gute Idee, was wir hier tun. Oh Gott, Kaby. Wirklich keine gute Idee. Ab jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Ich habe... Ab jetzt... Eben noch nicht. Bis eben tatsächlich noch nicht, nein. Du bist ja eine gute Fahrerin. Wenn ich jetzt sterbe, kann ich sagen, ich habe alles erlebt. Das stimmt. Bisschen guter Gesellschaft gestorben, Kaby. Das ist ein bester, bester. Na. Oh, guck mal, wie schmal das hier oben ist. Ich weiß, ich sehe es. Ich muss da drüber fahren. Wie der Pass des Karatras hier in den Herr der Ringe. Klasse. Letztens muss ich hier noch hochrennen. Letztens muss ich hier noch hochrennen mit dem FD. Mit FD-Uniperm. Gib mal Gas, Mann. Gib Gas, Mann. Ich war Pöbel. Ihr soll Gas, Mann, sagst du, ja? Ja, wir fährt auch eine Frau, ich bin mit Claire gewesen. Wie fährt... Claire fährt nicht selbst. Ist doch besser so. Na, guck mal, sind wir doch schon oben. Also, es geht schneller, als wenn man läuft, muss ich zugeben. Schneller, als wenn man läuft. Ich glaube, wir hätten jetzt auch noch hochfahren können. Wir sind da gerade einfach abgekommen vom Weg. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Nee, wir sind ein bisschen geflogen. Nein, ich war's nicht. Nee, aber ich war's. So, sind alle am Leben? Ja, noch. Noch mal durchzählen. Eins. Okay, wir sind freimälich abgestiegen zwischendurch. Ja, wir waren, glaube ich, die letzten mit Luke. Vier. Nee, dann kommt noch was. Nee, es fehlen zwei. Da kommt auch noch was. Ich hab's gelb durchsimmeln gesehen. Das Eis. Stimmt, wo sind Leonora und Markus? Wir haben alle zwei hier langgefahren. Wir haben sich jetzt wirklich abgeseilt. Wir haben das Brautpaar verloren. Toll. Nee, Markus hat sich doch jetzt nicht wirklich verpisst. Die Wahrscheinlichkeit liegt ungefähr bei 50-50, würde ich sagen. Ja, aber wie doof wäre das denn bitte? Nein, wir haben ja den Rescue-Wagen innen dran. Das kann eigentlich niemand abhandengekommen sein. Ich ruf Leonora mal an. Ja, Markus hat ja kein Telefon mehr. Sonst ruf doch mal Leonora an. Die saß doch mitten und hinten drauf. Oh, wir sind echt gute Freunde. Hm. Aber das war richtig cool. Ja, ich glaube. Ich glaube, ich brauche so ein Motorrad. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich brauche definitiv so ein Motorrad. Nein. Ich bin ziemlich sicher, du brauchst das Motorrad nicht. Er hat eigentlich nicht gedacht, er will gerne einen Abflug machen. Okay, also Leonora geht nicht auf das Telefon. Meinst du mich oder wie? Das war Otto. Was? Ja, hier will man das Motorrad. Ich habe nichts gemacht. Lucy? Ja. Ja, was? Ja, Motorrad. Ah, ich auch. Da sind wir noch. Ja, guck. Bei Motorrädern. Wo sind die denn verloren gegangen? Wir sind wahrscheinlich einfach weitergefahren. Ich habe ihn wieder eingefangen. Sehr gut, Sasso. Weitergefahren, ah. Er will wieder stiften. Also Helmut, ich glaube, ich muss aufpassen. Er hat mir gerade gesagt, er will nachher abhauen. Doch, du bist auf Motorrad. Weil wir haben dann erst mal gefahren. Du bist auch eine echt gute Fahrerin, aber ich dachte, die Kombination aus euch beiden, ich dachte, irgendwie stürzt eine Klippe runter. Ganz ehrlich, so ab der Hälfte dachte ich mir auch, eigentlich wollte ich mich mit KP von Höhen fern halten. Das ist irgendwie genau das Gegenteil davon. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Dann sind wir eventuell gegen eine Felswand gefahren, aber... Bin abgestiegen, außer sehen. Ja, ich war hinter euch, danke. Ja, super, klasse. Also ich fand die Sprünge vor uns sehr interessant. Ja, das war super. Wer auch immer direkt vor uns versucht hat, über diesen Einwälten zu sprechen. Ich glaube, das war Otto. Mehrfach nicht geschafft. Was machen? Was für ein Bier? Markus, ist alles gut? Ich werde da oben meine Tasche entstellen, da kann sich jeder was zu essen und zu trinken rausnehmen, ja? Dankeschön, Valentina. Essen und trinken fassen. Komm, Markus, du musst dich stärken. Kriegst du gerade ein Bier? Ja. Stephen! Nein, Stephen, das ist Beifahrer gleichfalls. Stephen, warum, wenn du nur ein Bier in die Umlaufbahn musst du trinken? Ja, das ist bei mir die Spritze. Stephen, das ist wirklich eine ganz schlechte Idee. Pssst, da hast du noch eins für mich. Pssst, ja genau. Du bist der König der Welt, Sasu! Du bist der König der Welt. Ich bin frei. Du bist der König der Welt. Oh. Oh, geil. Hey, Hot Dogs. Heißen Hund. Bei dir was zu trinken kannst du essen, Stephen, wenn ich auf nicht deinen Magen, du weißt schon. Du siehst gleich so aus. Hey, P, willst du was essen und trinken? Du hast ihn mitgebracht. Ich dachte, sie hilft dir. Ich hab's hier noch anders. Na, dann nicht. Aber nett, nett, nett. Ja, gerne, Valentina. Ab nach oben. Aber bitte die Helme ab und die Masken ab, bitte. Jawohl, Chef. Ich glaube, das ist echt eine blöde Stelle, um ein Foto zu machen, oder? Äh, kann sein. Vielleicht doch davor. Ja, Luke macht's genau richtig. Ich kann auch endlich mal was. So, geht ihr mit aufs Kuchen. Achtung, hier kommt ich zu. Nur mal, Markus, Foto. Gut, 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 gut. Hier bei den Abzocker. Du merkst, du nicht aufs Foto? Äh, äh. Natürlich den geilsten Spot. Wir sind ja auch clever. Wir knicken, Stephen. Schieb ab. Das ist wirklich intelligent. Markus, komm nach vorne. Wir schicken mal noch ein bisschen zur Seite. Komm, Markus, komm. Helm kann ich abmachen. Markus. Du gibst doch noch einen Drink. Die doch sonst den Helm an, dann kannst du auch aufs Foto. Markus. Jetzt hab dich nicht so. Ja, ich hab ne wunderbare Aussicht zu genießen. Oh, mein Gott. Markus. Markus, du kommst jetzt hier runter und legst dich vor unsere Füße. Schräg, auf die Säule. Okay. So, ihr sagt Bescheid, wenn ich kann, ja? Ja, warte doch. Stunden später. Kann sich nur noch um Stunden handeln, genau. Wir warnen auf dich, Prinzesse. Markus, du weißt, dass du umso mehr du jetzt rumzickst, umso mehr leiden wirst gleich, ne? Nix Neues. Gut. Gibt's für eine Sekunde. Ich wollte so Zeit auf die Seite hauen. Ja, ja, bin ich gerade dabei. Mach mal so richtig schöne weibliche Pose. Was ist mit Leer? Ah. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen sehr arg dicke Luft. Hm. Hm. Gib mal. Ah, gib mir ne Sekunde. Was? Na klar. Na klar. Toll. Perfekt. Kann losgehen. Oh ja, jetzt ist Tuk auch wieder da, hoffentlich. Cheese. Spaghetti. Und in der Fahrt. Markus muss leiden. Nicht mit Reis. Okay. Hilfe. Auf drei. Eins, zwei. Ja, und noch mal. Oh ja, auch. Und sag mal, das Leben ist vorbei. Sag mal, das Leben ist vorbei. Wir werden alle sterben. Das Leben ist vorbei. Mein Gott. Lass mich arzt, ich bin durch. Ja. Gut, dass Frille-Up nicht mehr verfügbar ist, ist absolut richtig. Alter, das Ding ist mega geil. Ich möchte mindestens eine Verfolgungsjagd für die Detectile mit dem Roller sehen. Fühle ich ein bisschen. Durch den Stadtpark. Ja, das mit dem Fall schon wollte ich es dir noch nicht sagen. Essen und Trinken steht hier oben an der Masche. Also hier oben hat man kein Internet, das müssen wir unten machen. Okay. Aber denkt dran, da ist eine Tasche, da ist Essen und Trinken drin. Bedient euch gern. Wieso, was sieht denn jetzt nicht mit auf dem Foto da hin? Jetzt hab ich von dem scheiß Ohr wohnen. Hat spezielle Gründe, Auto. Alles gut. Ja, würde ich vielleicht zurück. Fahr zur Hölle mit Blitwurst. Okay. Ist die undercover? Ein bisschen quasi, ja. Aha. Na ja, gut. Na, Leona, also Spaß. Äh. Äh. Doch. Ja, siehst du. Ich hab vielleicht klitzekleinen Muskelkrampf irgendwann heute Abend in den Armen vom Festklammern. Aber ansonsten... Ja, frag mal KP, da muss ich mir ein Bein festhalten bei mir. Äh. Äh. Ja. 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 Der Ausblick ist schon sehr. Das klingt toll, wie deine wunderschöne Stimme mittlerweile rauskommt. Find ich echt super. Ah, ja, danke. Könntet ihr mir mal hier vorne auf der Hand ein Pflaster draufkleben? Und so. Da ist da gerade ein Busch hängen geblieben. Was ist denn für ein Busch? Wo ist denn ein Busch? Genieß die Aussicht. Ja. Guck mal, dass ich das nicht irgendwie entzündet. Ja, dass ich das echt irgendwie nicht. Wow. Einfach wow. Mhm. Dankeschön. Ja, dann genießt einfach die Zeit. Sag mal Bescheid, wenn ihr seid, ihr seid zum Aufbruch. Ich glaub, da möchte jemand flüchten. Schon wieder. Also hier runter wird lustig, ne? Das wird lustig, das sag ich euch. Ich bin erstaunt, dass wir bisher so gut durchgekommen sind, aber ja, runter wird anstrengend. Da fahren wir mal in die andere Richtung runter, da fahren wir da weiter runter. Augen zu durch Vollgas, na klar, klar, klar. Also bei der letzten Tür gab es irgendwie ungefähr sieben Tote und drei vermisster. Ach so, das geht ja. Zwei überleben dann also. Ist das super. Ja, perfekt. Ja, ist auch gut. Nee, 13 sind wir sogar drei überleben. Ist ja toll. Jetzt, wo wir ein Schild haben, kann ich das auch noch besser verkaufen. Aber wenn ich das nicht überleben, also wenn ich es überleben sollte, zieh mir den Stecker, okay? Nee, das halte ich nicht aus, dann. Hm. Was? Perfekt. Ja. Ist gut bei dir? Ist das jetzt weiter und ich nitten drauf und dann geht mein... Egal. Habst du auch bei mir mitfahren? Hast du Spaß? Das ist, das ist, das ist gerade gefallen. Wie ist das, das ist gefallen? Du hast es in der Nase schon gesehen, als er so ein paar Meter den Berg runtergeguckt hat. Oh Gott. Aber es steht noch, alles gut. Aber dir geht's gut, ja? Ja, super. Hast du Schmerzen? Nee. Gut. Ich hab noch ein Pflaster dabei und ich hab noch Schmerzen gelassen. Alles ist super. Okay. Hast du ein bisschen Spaß, Gaby? Mal Spaß. Ist schon lustig, oder? Oh, siehste. Perfekt. Das ist eine lustige Gruppe. Ich betäub mich auch mal. Ach, komm, also wir... Ja, das war geht nicht gut aus. Das ist gerade noch von 1 bis 10, wie gefährlich ist diese Strähne da vorne. Witz du was? Ähm, was genau? Aber da hier oben auf dem Dach kann man eigentlich auch ein cooles Gruppenfoto machen. Äh, nein. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Ja, aber alle mit dem Weiß da oben. Gute Idee. Nee, nee, nee. Mit dem Weiß da oben? Nee, nee. Nee, egal. Ich finde die gar nicht mehr so cool. Mein gänzlicher Satz. Verletzt sich am Ende nur jemand. Oh, wie schade. Alles haben die mir abgenommen, nur das Wichtigste haben die mir gelassen. Deine Würde. Deine Würde. Die nehmen wir in der Arbeit auch noch. Die kann nicht sein. Meine Kippen wurden mir gelassen Und ich dachte schon ganz kurz Du würdest romantisch werden Oh Falsch gedacht Leonora Das war die Vorlage für das Jahrhundert Also ganz ehrlich 90% der anwesenden Männer Haben nicht an diese Sache gedacht Ja Ich bin schuldig Zäh unter den Zähnen Behalte das bitte für später Wolltet ihr die da drüben irgendwie Nee die dürfen abhauen Das ist ja genehmigt Jeder ist für sein eigenes Beantwortlich Ist mir relativ egal Sollen die da runterspringen Aber dann tut sich jemand weh Ja Also es sind ja beide da Braut und Bräutigam oder? Richtig ja Das war relativ spontan Ja dann können die doch hier irgendwo ein schönes Vorbeam machen Ganz gut aber wenn die da für ein Dach Ja klar Vielleicht findet ihr eine schöne Stelle Sollte auch ein schönes Andenken für die beiden Ich würde sagen irgendwo da am Rand Weil der Hintergrund natürlich mit der Skyline Und ne Eigentlich ganz schönes Ja Wir müssen doch mal gucken Mark ist Leonora Ja Nein Wollt ihr vielleicht noch ein schönes Foto von euch beiden nur haben? Wenn ihr schon mit ihm seid Was? Was? Hat hier jemand Hubschrauber? Hint das gesagt? Mach den Hub Ja Hup Hup Mach den Schrauber Schrauber Mach den Winikopter Eins Eins Ich kann nicht Ich kann nicht Ja das reicht dann auch Das fängt mir gut an Harriet Ich Ja Herzlichen Glückwunsch Zu deinem Junge sein Abschied Leonor Er ist noch Ich weiß gar nicht Warum du da so schadenfroh bist Junge Dame Ich Ich meine die Harriet Wieso? Wo waren da Schadenfrohde? Achso Hey Slavik hat definitiv die Bikes schon mal gefahren Guck dir das mal an Ach ja Die Luft hier oben ist sehr dünn Da hinten ist die Holzdose Wie dein Haar Na dann Was? Binst du Alter Meine Haare sind top Otto Einem Tag habe ich frei Ein Schlag Ja Na komm Hier oben nicht Wollte gerade sagen Wenn da einer rückwärts runterfällt Ja Ganz ehrlich Ja Das kannst du ja dann mit Ellie auskasponnen Was? Ich sag einfach Du bist verloren gegangen Und wurdest gefressen Von den Von denen hier Ja auch das kannst du dann mit Ellie auskasponnen Genau Wir haben so die Klopfgeräusche gehört Und haben dich vorgeschenkt Was? Wenn da einer rückwärts genauer sein wird Guck, mach's das schon. Äh. Die Wim muss arbeiten, ja. Äh, apropos, ähm, und wie viel geht's morgen Abend eigentlich los? Ich hab irgendwie das nicht in meinen Terminkalender eingetragen. Äh, 20 Uhr am Weinyard, bitte pünktlich sein und Fahrzeuge einparken. Äh, ja, pünktlich, ey. Ich muss mich da richtig beeilen, ich war vorher noch... Kassen. Ähm, 19 Uhr, du musst, äh, bei mir in der SMS, die ich gerade gekriegt hab. Ja, cool, ich hab keine Einladung bekommen. Dings oder was? Harriet? Ich bin nicht eingeladen. Ja, ich bin nicht eingeladen. Ja, einfach recht. Also, was machen wir morgen? Ja, wir machen was anderes, würd ich sagen. Also, ich hab auch keine Einladung gekriegt. Nee, ich hab auch keine Einladung bekommen. Also, was machen wir zu dritten morgen? Schön. Ja, wir machen uns einen schönen Tag, würd ich sagen. Tauchen gehen? Ja. Hat er Bock? Oh ja, tauchen ist bestimmt ne gute Idee. Ja, dann ruf direkt bei Exotic an der Leitstelle an. Können wir einfach ein bisschen arbeiten oder so. Wär auch ne Idee. Ja, nee. Oh, ich glaub, die ist gespeichert, ne, hier. Wüsste, ja. Oh, du Exotic. 4.01, 4.01. Äh, wo sind die eigentlich grad? Äh, Foto machen. So. Pärchenfoto. Wollen wir das Pärchenfoto crashen? Ab jetzt können wir, glaub ich, weil jetzt ist es fertig. Ja. Los geht's. Vodobomb! Oh Gott. Woohoo! Ja. Ja. Bin mal so frei. Wie lange muss ich noch so stehen bleiben? Ja, jetzt ist Vodobomb auf den Formigstein auf jeden Fall. Ja, ein wenig. Sehr schön. Was, was, was haltet ihr, was haltet ihr, wenn wir den gefährlichsten Haufen aller Zeiten machen? Nee, 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 nee. Nein, 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 Cruz. Wobei, komm, let's go. Cruz aus. Also, wer ist Fotograf? Ich lieg gut. Ich glaub, dein Fotograf liegt grad auf dem Boden. Oh, oh. Oh, Carsten. Alter. Carsten, ihr schmützt uns gegenseitig. Alter, Gäppi. Gäppi, geh runter von mir. Harry. Ja, bitte? Du hast doch so ne schöne Kamera mit sehr vielen Megapixeln, oder? Ja, komm. Warte, wenn ich das im Hinterkopf rauskomme. Mit dem Berg, ja. Das wäre wirklich der willigste Haufen ever, ne? Ja, genau. Ja, ist schwierig mit den Knien. Ah, ähm, leg dich mal auf den Boden. Ich glaub, das geht einfacher. Oder setz dich so hin, warte. Nee, das ist dann unten noch ein bisschen. Na, nee, es ist noch nicht perfekt, warte. Wir können auch noch ein paar Schritte hoch, dann hast du es nicht so tief. Nee, 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 nee. Dann lass mal ein paar Schritte hoch. Nee, 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 bleib mal da. Gib mal da nicht noch ein paar Schritte zurück. Nee. Wenn's geht. Vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, ja. Du kannst auch versuchen, eine andere Pose zu machen. Hat nicht so funktioniert, wie ich machen wollte eigentlich. Such's dir aus. Auf ne coole Nuri. Warte, ich muss dir ins Gesicht gucken. Ja gut, dann muss ich warten, bis du ihr ins Gesicht guckst, okay? Ich wollte dir ins Gesicht, aber egal. Achso, warte. In die Kamera. In die Kamera. In die Kamera. Das muss aber so. Nicht dran vorbei. Nicht dran vorbeigucken. In die Kamera gucken. Jetzt ist Kamera. Sehr schön. Und warte, jetzt gleich auch nochmal kurz Leonora. Ja, warte, du musst eh warten. Ich muss erst wieder aufziehen, weißt du? Ja, ja. Jetzt könnt ihr euch umpositionieren, wenn du wollt. Okay. Gegenseitig angucken ist so, glaube ich, am besten. Oder ihr stellt euch sogar ein bisschen schräg, weißt du? Ja, genau. Ja, genau. Ah. Süß. Dann mach ich ein bisschen so. Ja, nee, lass das mal. Hab ich mir auch grad gedacht. Ah. Ich fühle mich, die Kuscheln ist für Fotos leider echt unproduktiv. Oh, ja. Markus muss sich noch entscheiden, wie er gucken möchte. Ja, ja. Ja, nee. Nee. Nee, ja. Nee. Ja. Ich bin erstaunlich gut im Startvorspielen. Ja. Da darfst du auch. Ah, süß. Kann ich dir ja schon mal auf Wiener checken. Wenn du auf gewöhnlichen, wie gewohnten Wege zukommst, Wiener ist schlecht. Ab geht's. Mach den Hub. Nein, bitte nicht. Wauwasch, wauwasch. Okay, jetzt muss ich dich doch noch kurz zurückkuscheln, warte. Auf my bike, Entschuldigung. Tschüss. Es ist grad kein Kader. Ach. Let's go. Rutschig. We're back again. Oh, wollen wir jetzt die Gruppe verkleinern? Gutes, was wollen wir weitermachen? Yo. Let's go. Bevor Steven komplett betrunken ist, hier oben unten ein Dings braucht. Medic. Film, leg. Ach, Quatsch. Geht nicht, Alter. Weiter. Todessehnsucht. Na dann. Aufsatteln. Ein echter Mann nimmt den geradesten Weg. Aufsatteln. Erstmal wieder hinstellen. So. Okay, richtig. Gängt an, aber... Das fühl ich mir auch sehr gut vor. So, dann mach ich mal eure Bikes alle an. Was denn, Kipi? Kipi? Durch den Anzug bist du wohl nicht kitzelig. Nö. Der ist auch ziemlich fest. Und denk mal, eure Hände wieder aufzusetzen, bitte. Oh ja. Absolut richtig. Er hat sich recht, die Frau. Ich bin ja vergessen. Und wenn wir gleich runterfahren, wir fahren links runter und dann kommen wir an einer Abzweigung vorbei, dann nehmen wir den linken Weg. Abzweigung links, hast du ja gemerkt, Gebi, ne? Abzweigung links, dass da wo der Daumen rechts ist, nicht? Richtig. Für den richtigen Helm aufsetzen. Wer als erster unten ist. Soll ich wirklich, ja, Kipi? Soll ich? Kein Fall. Wer als erster unten ist, sagst du? Nicht. Hätt mich halt ne lustige Nacht zusammen, aber... Im MD meinst du? Ja. Mit Nachbarn, wenn ich in den Doppelrund. Was hält ihr zusammen? Ne lustige Nacht im MD. Weil er meinte gerade, wer als erster unten ist. Und da hab ich ihn gefragt, ob er das wirklich möchte. Willst du da auf nem Bike fahren? Ja, ich würde gewinnen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir gewinnen würden. Na, Sporttasche, habt ihr die mitgenommen? Nicht, dass ihr die vergesst? Ah, ja, hab ich vergessen. Na klar, hier bin ich. Der Nachdenkende luchst. Okay, danke. Ich muss schon mal wenden. Na klar. Sonst kann ich das nicht schaffen. Guck mal, die machen Schmuh. Als ob wir jetzt von den Heli verfolgt werden.